Moin Moin Leute und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Let's Play The Elder Scrolls 5 Skyrim. Wir sind in Rift schon stehen geblieben und Brynjolf hat uns beauftragt, Brandscheit zu berauben. Das versuchen wir, aber wir werden gerade gesehen. So, wir müssen direkt mal ein Schloss knacken. Ja, so. Ja, perfekt. Zack. Dann nehmen wir natürlich auch Gold, den Granatstein, die drei Silberbarren. Mal dieses Silberring, den wir ganz dringend brauchen. Ah, das Kupferdier, den Mondstein lassen wir da. Und jetzt müssen wir mal dieses Ring platzieren. Mal sehen, ob uns das gelingt. Das ist manchmal echt schwierig. Meine Quellen müssen zu ihrem Schutz geheim bleiben. Aber ich kann versprechen, dass... So, Bekleidung. Da haben wir nämlich mal dieses Silberring drinne. Und mal gucken, ob es uns gelingt. Das war's für heute. Kommt morgen wieder, wenn ihr etwas kaufen wollt. Ich hoffe, ihr habt nicht vor mich zu bestimmen. Nein, nein, ich hab nichts vor. So, ich habe wohl die richtige Person für den Auftrag gewählt. Habt ihr. Hier, bitte. Eure Bezahlung, wie versprochen. Wenn man bedenkt, wie es hier in letzter Zeit läuft, ist es schön, dass unser Plan ohne Probleme über die Bühne gegangen ist. 100 Gold habe ich bekommen. Aber was ist da los? Meine Organisation hat gerade ein bisschen Pech. Aber so läuft es wohl einfach. Aber egal. Ihr habt den Auftrag gut erledigt. Und was noch besser ist, es gibt noch mehr zu tun, wenn ihr bereit dafür seid. Das schaffe ich. Die Bezahlung ist wirklich gut. Aber ich weiß nicht. Und auf keinen Fall. Es war falsch, diese Dinge zu tun. Das schaffe ich. Da bin ich mir sicher. In Ordnung. Dann sehen wir mal, ob das stimmt. Die von mir vertretene Gruppe hat ihren Sitz im Rattenweg unterhalb von Rifthorn. In einer Taverne namens Zersplitterte Flasche. Wenn ihr es heil dorthin schafft, werden wir sehen, ob ihr es wirklich drauf habt. Dann wollen wir es mal probieren. Olli, wer bist du denn? Es gibt nichts Schöneres, als im Honrichsee zu angeln. Der Beste von ganz Rifthorn. Mir gehört die Fischerei von Rifthorn. Ich habe mit nur einer Angelroute angefangen. Heute gehören mir ein ganzes Gebäude und zwei Schiffe. Nicht schlecht für einen Nord im mittleren Alter, was? Es ist nur schade, dass mein Versuch, diese Stadt aus der Armut zu retten, nicht genauso erfolgreich war. Nivenor glaubt, ich verschwende nur meine Zeit. Aber ich bin da anderer Meinung. Wer kauft denn euren ganzen Fisch? Ich verkaufe meinen Fang in weiten Teilen von Himmelsrand. Für mich ist er sein Gewicht in Gold wert. Nur den Markt von Markard habe ich noch nicht erschlossen. Ich habe aber gehört, dass Klepper im Gasthaus Silberblut interessiert sein könnte. Falls ihr auf dem Weg dorthin seid, würde ich es zu schätzen wissen, wenn ihr eine Kaufvereinbarung für mich abliefern könntet. Natürlich gegen Bezahlung. In Ordnung, das mache ich. Alles klar. Irgendwann gehen wir dann mal zu Klepper. Klepper. Alles klar. So, wir müssen, soweit ich weiß, nach hier unten. Genau. Um dort in diesen sogenannten Rattenweg zu gehen. Mal gucken. Schützt euch richtig. Der Rattenweg. Wer weiß, was da für Gefahren auf uns warten. Ich rüste mich mal lieber aus und ducke mich direkt. Scheint, als ob wir mit welcher sind. Ich weiß nicht, Raph. Wenn Sie wüssten, dass wir das tun, würden Sie uns bei lebendiger Leid die Haut abziehen. Wie hast du dich denn jetzt geheilt? Nix gibt's. Oh, ich bin so blöd. Jetzt aber. Habe ich wieder Pfeile verschwendet? Ich bin ganz schön durchlöchert worden. Der hat aber auf jeden Fall Sachen dabei, die ich gebrauchen kann. Nimm alles mit. So, Amethyst natürlich. Und Eis für heilen. Sehr schön. Aber wir werden uns jetzt als allererstes mal heilen. So, drücken wir mal das Falsche. Na, da erstes mal heilen. Dann sehen wir weiter. Ducken wir uns mal wieder. Magiker niedrig. Deine Magiker ist niedrig und es könnte sein, dass du keine Zauber wirken kannst. Trinke einen Trank oder warte, bis deine Magiker regeneriert ist. Oder sicher, wenn deine Magiker regeneriert hat. Gucken wir dann mal. Aber, das brauche ich jetzt nicht. Wir rüsten nämlich den Jagdbogen wieder aus. Gucken mal. Wie wir vorankommen. Ich habe ja hier noch einen Reden gehört. Mal sehen, wo der sich hier rumtreibt. Muss ich hier runterspringen? Oder komme ich irgendwo anders noch her? Scheinbar muss ich hier runterspringen. Oder kann ich hier einen Hebel betätigen? Sieht jetzt nicht so aus. Dann gehen wir doch einfach mal hier runter. Was ist das hier für eine Tür? Kann ich hier rein? Experte. Ach, du liebes bisschen. Wollen wir es mal probieren. Oh, da ist uns schon der erste Dietrich. Abgebrochen. Okay. Wir müssen ein bisschen noch weiter nach links. So vielleicht. Ja, es hat geklappt. Eine Expertentür geöffnet. Ach so, haben wir eine Abkürzung gewählt. Scheinbar. Aber diese Abkürzung wollen wir jetzt nicht laufen. Aber es hat uns was gebracht, unsere Schlossknacken-Skills zu verbessern. Das ist ja auch schon mal ein bisschen was wert. Und hier sehen wir auch was Interessantes. Nämlich eine Falle. Wir werden einfach die Tür öffnen. Und einfach nicht da vorne hingehen. Wir wären sonst ein bisschen durchlöchert worden. Möchte ich ja definitiv nicht. Aber wir sind auch nicht dumm und laufen dort rein. So. Entdeckt worden. Okay, wer hat uns entdeckt? Scheinbar niemand. Gold. Nehmen wir natürlich mit. Ich habe keine Ahnung. Knoblauch ist, glaube ich, eine Zutat. Die nehmen wir mit. Wo hier Gegner auf uns lauern. Oh, ein Skewer. Der könnte uns entdeckt haben. Aber der ist auch Geschichte. Der Skewer hat Gold dabei. Und Skewer-Schwanz nehmen wir mit. Und hier ist doch bestimmt irgendwo... Ist da jemand? Gegner hier, das sage ich doch. Ein Faustkämpfer. Das sah ein bisschen komisch aus. Handschuhe des Faustkämpfers. Das sind besondere. Die nehmen wir mit. Es sah so aus, als ob er am Anfang gar nicht da war. Und erst nachträglich dort gespawnt ist. Jetzt habe ich mich selber erschrocken. Wir sind in eine Bärenfalle gelaufen. Nichts Schlimmes. Hier liegen überall Bärenfallen. Scheinbar. Wenn wir alle mal entschärfen. Falls wir irgendwie flüchten müssen. Hier ist ein Alchemielabor. Das benutzen wir aber erst zu einem späteren Zeitpunkt. Wann genau? Das kann ich euch noch nicht sagen. Das sehen wir dann. Jetzt gehen wir erstmal weiter. Durch dieses Verlies. Das ist ganz ruhig. Wenn wir normalerweise... Au. Okay, wir sind da durchgelaufen. Ich dachte, es kommt was von vorne. Leider doch nicht. Langsam dürften wir doch an den Punkt kommen, wo wir vorhin den einen schon gesehen haben. Sieht auch sehr interessant aus hier. Hier sind Schmetterlinge. Das sind Zutaten tatsächlich. Die nehmen wir uns mit. Und hier sieht es so aus, als ob jemand hier geschlachtet oder geköpft worden ist. Hier ist Blut auf einem Stamm. Ähnlich wie in Helgen. Wo wir fast das Zeitliche gesegnet hätten. Gut. Dass das nicht der Fall ist. Sonst wäre das Spiel nämlich zu Ende gewesen. So. Ihn hier haben wir ja vorhin schon gesehen. Da kamen wir von dort unten. Den Tauge nichts. Da war Gold dabei. Das nehmen wir natürlich mit. Wären wir nämlich von hier unten gekommen. Das hatten wir ja aufgeschlossen. Hätten uns diesen weiten Weg gar nicht machen müssen. Aber. Das nehme ich immer gerne mit. Um. Auch ein bisschen weiter die Fähigkeiten. Zu skillen. So. Hier müssen wir weiter. Wo kommen wir dann hin? Ist das schon die zersplitterte Flasche? Ja. Tatsächlich. Wir sind scheinbar angekommen. Der Weg war am Anfang etwas gefährlich. Aber. Wir konnten uns doch durchsetzen. Aber was anderes hätte ich auch ehrlich gesagt nicht erwartet. Noch würden wir hier alles stehlen. Deswegen gehe ich erstmal einmal so weiter. Und gucken. Oh. Das haben wir alle schon mal gehört, Brien. Macht euch nichts vor. Sieh an, sieh an. Ich bin beeindruckt, Bürschchen. Ich war mir nicht sicher, euch jemals wiederzusehen. Doch, doch. Hierher zu kommen war einfach. Ich wurde fast umgebracht. Ich weiß nicht, warum ich mir die Mühe gemacht habe. Das hier ist eine Katastrophe. Tun wir mal so, als ob es einfach gewesen ist, hierher zu kommen. Weil man will ja vor diesen Leuten nicht unbedingt Schwäche zeigen. Wer weiß. Vielleicht rauben sie einen aus. Vielleicht wollen sie einen umbringen. Deswegen sagen wir ja, hierher zu kommen war einfach. Verlässlich und entschlossen. Ihr erweist euch ja als wahrer Glücksgriff. Also, nun da ich mit unserer kleinen Aktion auf dem Markt euren Appetit geweckt habe, könntet ihr euch vielleicht um ein paar Schuldner kümmern. Schuldner? Was haben sie getan? Sie schulden unserer Organisation viel Geld und haben sich entschlossen, nicht zu zahlen. Ich möchte, dass ihr ihnen die Fehler ihres Tuns erläutert. Klingt gut. Um wen geht es denn? Kirawa, Bersi, Honighand und Helga. Wenn ihr es richtig anstellt, ist euch ein fester Platz in unserer Organisation sicher. Wie soll ich denn vorgehen? Um ehrlich zu sein, sind die Schulden hier zweitrangig. Wichtiger ist die Botschaft, dass man uns nicht ignoriert. Und noch etwas. Ich möchte nicht, dass einer von ihnen stirbt. Ist schlecht fürs Geschäft. Ist so gut wie erledigt. Aber eine Frage vorher. Bekomme ich einen Anteil? Natürlich erhaltet ihr einen Anteil. Wir lassen unsere Leute nicht im Stich. Wenn ihr weitere Einzelheiten benötigt, wendet euch an mich. Und nun los. Alles klar. Drei Personen müssen wir scheinbar so bedrängen, dass sie uns die Schulden, die sie haben, hier geben. Da würde ich aber gerne mal wissen, wie wir bei den Einzelnen vorgehen können. Weil ich kenne diese Personen ja nicht. Vielleicht hat der gute Brinjolf irgendwelche Tipps. Könnt ihr mir mit Bersi helfen? Solch einen eigensinnigen Mann werdet ihr kein zweites Mal finden. Der Schlüssel ist diese hässliche Zwergenurne in seinem Laden. Wenn er sie zerbrecht, wird er seine Einstellung ändern. Okay. Was ist Helgas Geschichte? Helga ist eine fromme Anhängerin von die Bella und ganz vernaht in ihre Götterstatue in der Herberge. Setzt sie als Druckmittel ein, damit sie nachgibt. Habt ihr irgendwelche Tipps über Auf-Kirava? Über-Kirava. Das Auf ist dort, glaube ich, falsch. Ein kleiner Übersetzungsfehler hier bei dem Spiel. Ist mir vorher noch gar nicht aufgefallen. Kirava ist stur, aber die Familie ist ihre Schwachstelle. Redet mit Talen-Jai im Bienenstich und versucht etwas herauszufinden. Sie kennen sich gut, wenn ihr versteht, was ich meine. Ich werde hier sein, wenn ihr fertig seid. Dann wollen wir doch mal gucken, mit wem fangen wir denn jetzt mal an? Das wird ja alles ausgewählt sein. Lass ich mal den Zufall entscheiden. Also, Helgas Schwachstelle ist die Dibella-Statue, wenn ich das jetzt noch richtig im Kopf habe. Dann haben wir noch Bersi. Bersis Schwachstelle war eine Urne. Eine Zwergenurne oder so. Dann noch eine dritte Person. Da ist mir jetzt der Name entfallen. Obwohl ich ihn gerade erst gelesen habe. Hätte mal genauer darauf achten müssen. Da ist die Familie der Schwachpunkt. Okay, ich packe erstmal die Waffe weg. Ich glaube, die brauchen wir jetzt erstmal nicht. Zumindest sind wir in einem Ort. Dann nehmen wir doch einfach mal Eisenstreitkolben in einer Hand. Und gehen als erstes in den Bienenstich. Mal sehen, wer dort auf uns wartet. Das hier ist... Ah, Keraver war die eine. Wollt ihr ein Zimmer oder was zu trinken? Zeigt mir zuerst ein paar Münzen. Ah, ich habe eine Nachricht von Brinja für euch. Ich habe diesem Clown schon gesagt, dass ich eurer Bande nicht eine einzige Münze bezahlen werde. Aha. Keraver, das war keine Bitte. Schaut euch doch um. Ich kann dieses Rattenloch kaum noch am Laufen halten. Daran ist der Krieg schuld. Ich verschwende nicht länger meine Zeit mit Leuten wie euch. Gut. Und richtet euren Bossen diese kleine Botschaft aus. Ich zahle euch keinen einzelnen Septim. Aha. Niemals. Und jetzt raus aus meinem Gasthaus. Mhm. Alles klar. Aber hier ist ja auch noch etwas drüber. Und du hast ja, soweit ich Brinjolf vertrauen darf, gesagt... Oder Brinjolf hat ja gesagt, dass sie irgendwelche familiären Probleme hat und Talendjai uns helfen könnte. Reden wir doch mal mit Talendjai. Was wollt ihr? Hm. Wie habt ihr Keraver kennengelernt? Ich habe sie getroffen, als ich vor ein paar Jahren nach Rifthorn gekommen bin. Seitdem bin ich hin und weg von ihr. Ich werde sie vielleicht sogar bitten, mich zu heiraten. Oh. In der Schwarzmacht ist es Tradition, einem möglichen Partner einen 50-artigen Hochzeitsring zu schenken, der die künftige Bindung symbolisiert. Ich habe den Goldring bereits, aber ich brauche noch drei makellose Amethyste, um ihn zu vervollständigen. Ich könnte da durchaus für euch danach suchen, aber dann müsst ihr mir auch helfen, dass ich bei Keraver die Schulden eintreiben kann. Ich hatte gehofft, dass ihr mir das anbietet. Ich hielt es nicht für angemessen, euch um einen solchen Gefallen zu bitten. Ich danke euch. Gerne. Und jetzt danke ich dir, wenn du mir sagst, ja, hm, wie man Keraver zu Vernunft bringen kann. Oder vielleicht könnt ihr es? Bestärkt durch die Gerüchte darüber, wie schwach eure Gilde geworden ist, ist sie deutlich zu dreist geworden. So dumm bin ich nicht. Das Letzte, was ich will, ist ein Krieg mit euren Leuten. Dann helft mir, sie zum Zahn zu bewegen. Schaut, ich erzähle euch das nur, weil ich mir Sorgen um sie mache. Glaubt nicht, dass ich eure Taten gut heiße. Keraver hat Familie auf einem Hof in Morrowind. Wenn ihr sie ihr gegenüber erwähnt, hört sie euch vielleicht zu. Ich möchte aber nicht, dass jemand verletzt wird. Der Gedanke daran würde mich umbringen. Nein, nein, alles okay. Gut. Dann kann ich ja jetzt zu Keraver zurückkehren. Ich zahle euch oder Brinjolf keine einzige Münze. Jetzt raus aus meinem Gasthaus. Tja. Aber seid ihr denn zufälligerweise jetzt bereit, Brinjolf zu zahlen, was ihr ihm schuldet, auch wenn ihr es gerade schon verneint habt? Vielleicht jetzt? Nein. Und das werde ich auch nie. Aha. Schert euch raus aus meinem Gasthaus. Ha. Vielleicht sollte ich diesem Hof in Morrowind mal einen Besuch abstatten. Woher in aller Welt wisst ihr von... Bitte. Meine Familie bedeutet mir alles. tut ihr nichts an. Dann bezahlt. Und ich werde die Sache ganz, ganz schnell vergessen. In Ordnung. Hier. Bringt das zu Brinjolf und sagt ihm, dass ich ihm keinen Ärger mehr machen werde. Meine Fertigkeit. Na, perfekt. So einfach ist das. Dankeschön. Vielen Dank. Und ich gehe mal weiter. Meine Fertigkeit. Mal sehen, wer sonst jetzt noch auf uns wartet, wen wir als nächstes erwischen. Ich gehe jetzt erst mal hier hin. Da können wir leider nicht drauf erkennen, was das hier für ein Laden ist. Aber hier. Das ist der verpfändete Pfefferling. Mal sehen, was das für ein Laden ist. Trifter? Ne, Triefer? Wer bist du denn? Mein Mann Bersi bringt mich noch ins Grab. Oh. Er sorgt sich zu sehr um Riftton und kümmert sich nicht genug um sich. Also, was darf es denn heute sein? Ich habe eine Nachricht von Brinjolf. Was? Oh, ihr seid einer von denen. Also gibt sich Brinjolf nicht mal mehr die Mühe, selbst aufzukreuzen, was? Nö. Wie lautet die Botschaft? Ganz einfach. Wenn ihr nicht bezahlt, passiert ein Unglück. Oder? Ich denke, ihr wisst es bereits. Ha. Ich denke, ihr wisst es bereits. Ich möchte jetzt mal nichts von einem Unglück erwähnen, da eure Frau gerade auch in diesem Raum ist. Also denke ich mal, ihr wisst, was passiert, ja? Ihr wollt mir das bisschen Geld abnehmen, das ich verdiene und könnt euch noch nicht mal selbst schützen? Lächerlich. Wir können auf uns aufpassen. Glaubt mir. Macht euch nichts vor. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis man euresgleichen aus Rifthorn jagt. Mhm. Mir reicht es. Ich sage, mir reicht es und er antwortet, ich ebenso. Eigentlich mir ebenso, aber naja. Ich weiß ja, was zu tun ist, ne? Sicher? Na, ich fang einfach mal an. Bitte. Ich habe doch nichts, womit ich euch bezahlen könnte. Sie macht meine Urne nicht kaputt. Das kann doch nicht sein. Nein. Ihr werdet sie noch verbrechen. Bezahlt sie einfach, Bersi. Ach, sie weiß Bescheid. Dankeschön. Du bist die Stimme der Vernunft, Rifa. Vielen Dank. Nein. So, Bersi. Diese Urne war unbezahlbar. Tja. Möchtet ihr, dass ich noch etwas kaputt mache, oder zahlt ihr lieber? Ist ja schon gut. Ich werde ab jetzt rechtzeitig zahlen, aber schlagt nichts mehr kaputt. Hier, nehmt euch euer Gold und lasst mich in Frieden. Ich bin ein Mann, der zu seinem Wort steht. Das werde ich tun. Oh, hier kann ich etwas lesen. Eine Entschuldigung. Ihr könnt euch das durchlesen, falls ihr möchtet. Ich tue es nicht. Ihr könnt zwischendurch auf Pause drücken. Wie gehabt. Alles klar. Wir haben die nächsten Schulden eingetrieben. Jetzt fehlt ja nur noch, soweit ich weiß, Helga. Und das ist, wenn ich mich richtig erinnere, die mit der Dibella-Statue. Mal sehen, was es damit auf sich hat. Helgas Herberge. Ich habe eine Nachricht von Brynjolf. Ich weiß, wer ihr seid. Ihr habt die ganze Stadt in Angst und Schrecken versetzt. Bitte, das hier ist nicht notwendig. Ich habe verstanden. Hier. Ich habe sogar die Bezahlung. Das war ja einfach. Da musste ich ja gar nicht noch weiter handeln. Das wäre hier diese Statue von Dibella gewesen. Ich hätte klauen sollen oder wie auch immer. Wer bist du denn? Svana. Ich würde es begrüßen, wenn ihr eure Hände bei euch behalten könntet. Arbeitet ihr hier? Arbeit? So kann man es wohl auch nennen. Ich nenne es Sklaverei. Ich arbeite mir die Finger wund, um dieses abscheuliche Loch sauber zu halten. Seit meine Eltern starben und Helga mich aufnahm, ist mein Leben ein einziger Albtraum. Wie hätte ich wissen sollen, dass ihr so ein widerliches Weib ist? Also sitze ich hier fest, während dieser Schweine, die sie Kunden nennt, mich begrabschen und die widerlichsten Dinge zu mir sagen. Na super. Ich glaube eigentlich, dass sich die Frage erübrigt, aber weshalb hasst ihr Helga so sehr? Oder HL? Helga? Ja, gesagt. Mit A-E wie Ä. Es ist nicht nur die Arbeit. Es ist alles an ihr. Sie ist widerlich. Ich glaube, sie nimmt ihre Verehrung der Dibella ein wenig zu wörtlich. Wisst ihr, dass sie allein im letzten Monat mit drei verschiedenen Männern geschlafen hat? Welche Frau tut denn so etwas? Wenigstens einmal würde ich gern sehen, wie sie sich windet. Es ihr so richtig unter die Nase reiben. Es muss doch eine Möglichkeit geben. Ja, das stimmt. Aber ich glaube nicht, dass ich damit davon kommen würde. Sie würde mich umbringen, wenn sie es herausfände. Ich weiß zufällig, dass sie ihrem Liebhaber nach vollzogenem Akt ein Zeichen der Dibella als Zeichen ihrer Zuneigung gibt. Wenn ihr ihr drei dieser Zeichen unter die Nase halten würdet, dann wäre ihr das so peinlich. Ich weiß nicht, was sie dann tun würde. In Ordnung. Ich werde euch helfen. Das klingt auf jeden Fall sehr interessant. Ach, das wird großartig. Ihr müsst die Zeichen der Dibella von Boli, Hofkrier und Indarin besorgen. Ich weiß nicht, wie ihr das anstellen könnt, aber versucht es einfach. Dann konfrontiert Helga damit und der Rest geht wie von selbst. Alles klar. Auch das werden wir zu einem späteren Zeitpunkt noch machen. Und ohne Gewalt, wie ich gerade gehört habe. Wir haben vor zwei Sekunden miteinander gesprochen. Ich bin da noch nicht mal weg. Meine Güte. Boah, der muss ja auch alles jetzt auch gleich fertig sein, ne? Naja. Gut. Wollen wir mal wieder zu Brinjolf gehen und ihm die Schulden geben. Oder das Gold geben, welches wir eingetrieben haben. Und wir müssen mal wieder durch den Rattenweg. Aber diesmal können wir ja glücklicherweise eine Abkürzung benutzen. Na, was geht ab? Na? Kannst du nicht umfallen? Nö. Naja. Es dürfte eigentlich auf uns kein Gegner mehr warten. so, dass wir einfach durchlaufen können. Ja, so ist es auch. So, hier liegt noch ein Buch, das haben wir vorhin gar nicht gesehen. Der Bettler. Da ist der Taschendiebstahl auf einmal verbessert auf 22. Sehr schön. Es war nämlich es war nämlich eins der hochwertigen Bücher, die uns oftmals Fähigkeiten geben. Und jetzt gehen wir wieder in die zersplitterten Flasche um Brinjolf Bericht zu erstatten und wie vorhin schon gesagt, das Gold zu geben. Und da ist er auch schon. Ich habe den Auftrag sauber erledigt und das Gold abgeliefert. So mag ich das. Leichen verschwinden zu lassen und die Wachen zu schmieren kann teuer werden. Hier ist, was wir uns geschuldet haben. Gut gemacht. Und auch ich schulde euch etwas. Hier, die könnten euch recht nützlich sein. Zaubertränke und Gift bekommen 300 Gold entfernt. Aber sagt mir Brinjolf, was kommt als nächstes? Wenn man bedenkt, wie ihr die Ladenbesitzer im Griff hattet, habt ihr mehr als nur euer Können unter Beweis gestellt. Leute wie euch brauchen wir in unserer Gruppe. Wenn da noch mehr Gold zu holen ist, bin ich dabei. Das ist die richtige Einstellung. Der Diebstahl liegt euch im Blut. Ihr seid ein echter Langfinger. Ihr werdet bestimmt gut zu uns passen. Bevor wir gehen, muss ich euch fragen, woran denkt ihr? Das heißt, ihr wäret in letzter Zeit nicht gerade von Erfolg gesegnet gewesen. Stimmt das? In letzter Zeit gab es eine Durststrecke, jedoch nichts Besorgniserregendes. Wisst ihr was? Ihr bringt uns weiterhin Geld und ich kümmere mich um alles andere. In Ordnung? Na gut. Wenn es keine weiteren Fragen gibt, folgt mir einfach und ich zeige euch alles. Okay. Fragen habe ich an dieser Stelle nicht mehr. Wir werden Brignol folgen. Aber das seht ihr dann in der nächsten Folge von Let's Play The Elder Scrolls 5 Skyrim. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da. Wenn nicht, macht am besten gar nichts. Schreibt eure Meinungen hierzu, Verbesserungsvorschläge oder dergleichen in die Kommentare und am allerliebsten wäre es mir, wenn ihr dem Kanal ein Abo da lasst und ich würde einfach mal so sagen, bis zum nächsten Mal und Ciao.